Schau dir ein bisschen Zeit und schau dir das Ding aus deinem Kopf. Wenn das dein ökologisches Geheimnis ist, dann musst du es wieder versuchen. Matthew Ryan, Augenblau, Alter 26, Haare braun, männlich, Insta-Heat, Gasinstallateur und ein Anarchist, wie wir wissen. Anarchistische Literatur. So willst du die Welt ändern, Ryan? Ja, ich mache. So macht jeder rechtliche Person. Und du machst deinen Teil? Ja, ich mache. Weil das include, Sabotaging Waterheaters, um eine Firma zu zerstören. Ich habe keine Ahnung, was du anstelle. Na, mein Freund, lieber Ryan. Das glaube ich dir aber nicht ganz. Das ist gelogen. Wir haben nämlich diese Flugblätter bei dir gefunden und so. Das ist Industrie-Sabotage, Ryan. Das ist alles Teil deines Kampagnes. Du delusierend, Detective. Was Kampagnes? Ja, was ist mit deinen Flugblättern hier? Insta-Heat Modell 70 Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil jetzt müssen wir noch mal kurz auf unsere Insta-Heat Modell 70 Die Beweise, gasbetriebener Wasserboiler mit Glaseinfassung Also ich denke, er lügt wieder mal, weil das weiß er so gut wie jeder Reglerventil Aussage von Ivan Rasic Sagt aus, dass es einfach ist, den Grasdruckregler zu manipulieren Ja, komm, das nehmen wir Lüge Naja, dein Boss hat uns erzählt, dass es total einfach wäre Wo ist es jetzt hier? Aussage von Ivan Rasic Suburban Wohnbauförderung Ach, komm Ryan Du lügst doch Du lügst doch hier nur Aber vielleicht habe ich dafür keinen Beweis, deswegen zweifle ich an Vorstrafe wegen Mordversuchs Naja, das wissen wir ja schon Über deine Du hast ja eine Polizeiakte Voller Voller Übler Taten Deswegen lügt er Wir sind bei der Polizei, du Vollidiot Mensch, Mensch, Mensch Da ist es seine Polizeiakte Du hast aufgerissen, Ryan Es war ein Kurs Es war ein Kurs Keine Kriminalität war das Verdict Sie sagten, dass sie nicht wussten, dass die Faulte Heater Installation würde ein Feuer All ich weiß, ist, dass ich meine ganze Familie Und die Firma, die responsible wurde mit Was würdest du Ich verlasse jetzt mal das Verhörer Und wir Ja, wir lassen ihn erst mal Da sitzen wir Unterhalten uns jetzt erst mal mit dem Hauptverdächtigen Warley Ja, ich denke, er Warley ist es Wegen Insta-Heat und so Und den ganzen Geldgeber Die Suburban Wohngemeinschaft Das ist doch Verdächtig Wir haben Matthew Ryan in Custody Warley Ich denke, all we need to do is ask him about this And he'll rat you out Fuck Ryan That pinko bastard Reginald Warley Augenblau, Alter, 28 Jahre, Haare braun, männlich, Insta-Heat, Gas-Installateur, Arbeit am Sawyer-Haus Ach komm, du lügst doch wie gedruckt Wir wissen, dass du den Boiler gewartet hast Why are you lying to me, Barley If Suburban wants their new installations completed Why are you bothering with Rex Like the Sawyer-Haus So I'm lying just because I can't remember if I was there or not Boiler von Ryan gewartet Hm, nee, Boiler von Warley gewartet Müsste doch auch hier drin sein Da, Boiler von Warley gewartet Weil der von Ryan gewartet Die wurden beide gewartet Aber jetzt beim Sawyer-Hausbrand geht's ja um den Boiler, den Warley gewartet hat Reginald Suburban Wohnbauförderung Also hat er, Reginald Warley, hat diese Installation scheinbar manipuliert So wie es aussieht Er war auf jeden Fall da, um das Teil zu checken Und ich denke, er hat es auch manipuliert Sagt er da die Wahrheit? Sagt er da die Wahrheit? Nein, er guckt ziemlich komisch Ich glaube Was haben wir denn da vorliegen? Preisausschreiben Ticket Hm 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 Vielleicht die Aussage von Matthew Ryan können wir da anwenden Bei der Lüge So Da unten jetzt die Aussage Ah, verklickt Ah, da habe ich mich aus Versehen verklickt Naja Insta-Heat Modell 70 Der Bursche lügt natürlich Auf jeden Fall Ohne Frage Und jetzt können wir ihnen wirklich diese Moskitospiralen, die ich eben fälschlicherweise angeklickt habe Unter die Nase reiben, denke ich Naja, diese Moskitospiralen schon wieder hier Also, liebe Spürnarsen da draußen Wir können jetzt entscheiden, wen wir einknasten Ich denke Ich werde Hm Ist es Wally oder ist es Ryan? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Wenn du eine verdächtige Person beschuldigt, wird der Fall abgeschlossen Ist es Wally? Ist es Ryan? Ich weiß es nicht genau Eigentlich ist es fast schon zu offensichtlich, dass es Wally sein soll Und er meint, die Sachen gehören zu Ryan Vielleicht können wir uns nochmal mit Ryan unterhalten Nein, wir können ihn nur noch beschuldigen Oh, liebe Freunde Ich werde Ryan oder Wally in den Knast setzen Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich glaube Wally Ich glaube Wally Obwohl Ryan natürlich der Anarchist ist Und der auch schon was mit Feuerbränden und Co zu tun hatte Ist das heikel hier Das ist wirklich sehr schwer, jetzt diese Entscheidung zu fällen Ich glaube, wir nehmen doch Ryan So Fifty-fifty Chance Matthew Ryan Ich glaube dir nicht, Ryan Aber Wally habe ich auch nicht ganz geglaubt Alle sehr verdächtig Alle sehr verdächtig Der Gas, Mann Fallbericht Gefundene Hinweise 16 von 16 Fragen richtig 15 von 16 Fahrzeugschaden 3033 Eieiei Dollar Und das ist natürlich echt ein Hammer Verletzung 0 Dollar Sachschaden 50 Dollar Der Fahrzeugschaden ist natürlich auch darauf zurückzuführen Dass wir da mit dem Feuerwehrwagen durch die Gegend gedüst sind Und so einiges umgeschreddert haben Weil der ja kaum eine richtige Bremswirkung hatte Matthew Ryan wird mit vier Mordanklagen am Hals vor das Schwurgericht treten Ich denke, das war ein erfolgreicher Fall Und wir schauen uns dann bald wieder den nächsten Fall an Das war dein richtiges Abenteuer Ich bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet hier in Los Angeles Das war dein richtiges Abenteuer Gamba zamba Gamba 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 Du kennst unsere Ordnung, Sargent! Es ist kaum ein Gebäude, oder nicht auf dem Feuer in deinem Zone, Cole! Ist dein Sektor voll von Japs? Ich frage meine Kommandation. Der Kapitän nicht will jemanden fallen behind. Ich sage dem Kapitän, wir werden ihn mit ihm sein, wenn der Arbeit fertig ist. Gib uns das Wort, Sarge. Wir machen ihn. Er sollte sich in Sektion sein. Das Jap-lover ist ein verletzt. Wir sind hier, um Japs zu töten, nicht unsere eigenen Leute zu töten. Star-Cross, son of a bitch. Niemand will sich unter ihm sein. Das bedeutet schlechte Glück, nicht wahr? Wir haben hier ein Job. Wenn ich mit ihm leben kann, du auch kannst.